Hi! Eure Mitarbeiter sind im Homeoffice und ihr macht euch Gedanken, wie wir das Ganze jetzt organisieren können. Das geht über Excel, ja klar, das geht auch über Zettel und Papier, aber einfacher ist das Ganze über eine Cloud-Lösung. Wir können euch dabei unterstützen, dass ihr sehr verstreute Teams zusammenbringt, einen gemeinsamen Plan habt, eine gemeinsame Zeiterfassung habt und überall auf diese Daten zugreifen könnt. Interesse? Einfach mal auf www.papership.com gehen.